Alko Haussiel, erste Partie, erstes Mal von Beginn weg und dann gleich der erste Bundesliga-Treffer. Ja, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ich muss mich auch bedanken beim Trainer, dass er mir die Chance gegeben hat. Und ich hoffe, wir haben der Mannschaft helfen können auch. Und zum Schluss, dass wir noch den Punkt, die Punkte hergeschenkt haben, ist bitter einfach. Aber wir sind zufrieden mit der Leistung und es war ein gutes Spiel von uns. Sie haben schon mitbekommen, dass der Tmire gewonnen hat? Ach so, ja, Entschuldigung. Hast du nicht mitbekommen, das Eigentor von Pawelic? Es war ein, sicher, jetzt bin ich, tu ich einander.